Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Minecraft Karma. So in der letzten Folge haben wir endlich den lang gesuchten Seen-Sand besorgt. Wir haben uns ein super Holzschweiger gecraftet. Okay, jetzt können wir dieses Hacken Slice bauen. Also, wir brauchen Solarium. Ach, wie mache ich denn überhaupt dieses Solarium? Seen-Sand und Gold in die Induktionsschmelze. Ach du Kacke. Ja gut, habe ich Gold noch? Äh, Gold. Wie viel brauche ich denn unbedingt? Okay, geht doch. Okay. Ja, dann schnell zur Induktionsschmelze. Ja, ja. So. Okay, ähm. Also, ich nehme das mal raus hier. Ach super, ich habe für so viel Platz. Ähm. Ich nehme hier mal kurz so. Gold. Und Seen-Sand. So. Dann wird das hier gecraftet. Okay, alles klar. Ich habe hier noch ganz andere Ärzte bekommen. Die schmelzen kann noch nicht. Wir müssen da noch schauen. So, was brauchen wir da noch? Wir brauchen da noch eine Schere. Ein Kopf. Ähm. Also, ich habe jetzt sogar von denen noch. Basic Kapazitor. Wahrscheinlich nicht. Also, ich brauche Kupfer. Mal schauen, dass die Rohstoffe irgendwie dann da rüber kommen langsam. Kupfer, okay. Kupfer habe ich noch. Ähm. Dann brauche ich Eisen. Eisen Bars. Oh Gott, ich habe ja Schritte gehört. Ich habe gedacht, ich habe Schritte gehört. Na gut. Und immer mehr Schafe sind draußen nach jedem Neustart. Aber ich habe keine Schafe mehr drin. In die Glitschen die immer raus. So. Okay. Also, nochmal. Dann brauche ich noch ein paar Gold Nuggets noch. Okay. Ich habe hier noch ein paar. Sehen wir schon mal gut. Genau. Redstone brauche ich auch noch. Warte mal. Zuerst mal. Ich werde das jetzt über 10.000 mal aufrufen. Also. Gehen wir hier rein. Dann die Gold Nuggets kommen hier dann. Ich habe hier eine Redstone drin. Nein, habe ich leider nicht. Okay. So. Und Redstone. So. Jetzt haben wir ein paar Mal die Lingen gebaut. Okay. Eisenbar, Eisen. Oh. So. So. Dann würde ich sagen, wir bauen jetzt mal so. Aber dazu genau falsch. Also wenn man eine Seite irgendwie falsch legen kann, ich erwische das jedes Mal. Da habe ich ein Genie, was das anbelangt. So. Jetzt habe ich mal ein paar Kästen gebaut. Okay. So. So lange. Jetzt baue ich noch eine Eisenachs. Einen Eisenachs. Einen Eisenachs. Einen Eisenachs. Einen Eisenachs. Einen Eisenachs. Und dann bräuchte ich noch eine Schere. Total voll. Kommt weg in den Blumen hier. Zack. 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 Der Borg auch mal rein. Ähm. So. Die Schere. So. Ich glaube, hätte ich eigentlich alles zusammen. Halt. Ein Zombiekopf. Oder ein. Ja. Zombie. Gegen Klipper auch. Okay. Genau. Den Kopf, den ich wahrscheinlich nicht habe. Betten wir. hier. Hatte ich immer nur Creeper Köpfe. Das ist echt in der Nacht. Das ist echt in der Nacht auf Zombie-Jagd gehen. Ah. Habe das gleiche Köpfe. Okay. Alles klar. So. Gut. Das wird schon in der Nacht. gut. Huch. Huch. in den Kellern gefallen. Ähm. Ja. Wahrscheinlich nicht dabei. So. Okay. Dann bauen wir jetzt mal dieses komische Ding. Dann kommt das hier hin. Hier eine Axt. Dann die Schere. Ah. Hoppa. Doch falsch. So. Und dann der Skleikopf. Äh. Was ist das hier? Ah ja. Es war um diese Kontrolle herzustellen. Ähm. Ja. Warte mal. Jetzt glaube ich. Ich nehme jetzt mal so eine weg hier. Die Pick-Axt. Die ist aber keine Pick-Axt mehr im Inventar. Die ist bestimmt mir auch abhand gekommen. Ich habe sie gemerkt. Wenn mir zuzutrauen. Das Zeug verschwindet. Ich merke es nicht. Ähm. So. 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 Ähm. Dann. Gut. Also ich muss kurz eine Pick-Axt bauen. Wenn der andere weg ist. Ganz normale. Kurz. Wann nach die wieder weg gekommen ist. Was? Immerhin haben wir die vor abbauen. Was? 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 Ich wollte sagen. Verschwindet der aus meinem Portal raus? So. Okay. Wann ich kurz hin? Wir haben schon mal Strom. Okay. Also. Das war dann. Justine. Ehm. Wie? 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 Als Charger. So. Okay. Also. Electric Steel hat mir bereits gemacht eigentlich. Jetzt müsste ich irgendwo haben. Wahrscheinlich selbst üben. Okay. Aber wir haben jetzt. Genau das. Oh nein, wir haben auch einen Enderman-Kopf. Wir haben auch einen Enderman-Köpfe, super. Wo geht man jetzt auf die schnellen Enderman her? Ja, das ist natürlich schön im Moment. Gibt es vielleicht eine weitere Möglichkeit, einen Enderman-Kopf zu bekommen? Eigentlich nicht. Also, wir brauchen sicher das Silikum nachher. Silikum. Silikum unten. So, zack, zack. Dann so Solorium, wie er hieß so. Oder? Ich glaube so. Ja, und dann noch Viber Aloe. Das macht mit Ender-Perle und Enetic. Also Glowstone. Ähm, ja, okay. Dann muss ich gleich noch mal schauen. Ich will jetzt mal schauen, ob ich vielleicht sogar... Jetzt war es zur Nacht. Aber Endermanne müssen die ja nicht Nacht haben, eigentlich. Die können ja tagsüber spawnen. Ich habe hier schon lange keine mehr gesehen, ehrlich gesagt. Das macht mir am meisten Angst. Ich glaube, ich habe den Electric-Baum verloren, glaube ich. Also es war doch irgendwo hier. Ah, ne, hier ist es, okay. Ich glaube, jetzt habe ich noch einen Einziger. Wie viel brauche ich? Einer, okay, am Ende Perle. Jo, das geht jetzt gar noch. Das können wir sogar noch stemmen. Ähm. Ähm. So, okay. Dann wieder rüber. Ja. Entschuldigung. So. Oh Mann. Was? Nein. Der hat meinen ganzen Seelen-Sand in Glas verwandelt. Ach du heilige Scheiße. Was ist das für eine Kacke? Boah, ich glaube es nicht. Mach das mal. Und dann noch normales Glas nicht mal. Oh. Ich könnte gerade sowas schon schreien. Ah. Okay, Enderman. Enderman. Mein Gott, macht er meinen ganzen Seelen-Sand zu Glas. Ich glaube es ja nicht. Wir brauchen bestimmt nachher noch mehr Seelen-Sand. Ja gut, wir müssen noch mehr von dem Zeugs machen. Also, was brauchen wir für? Redstone, Gold und Browstone. Ey, ist das so gut. Boah. Was ist das für Gold brauchen? Wir haben gar kein Gold mehr. Ich bin. Warte mal. Redstone haben wir. Warte mal. Browstone. Kussiertes Gold. Okay, das Gold. Das glaube ich müssen immer ein bisschen Gold brennen. Okay. Elektron-Bahn. Ne, gerade haben wir kein Gold mehr. Tatsache. Haben wir noch Glowstone? Warte mal. Vielleicht unten. Wie zu klein. Ich werde auch sonst nehmen. Aber noch Glowstone. Von wie kann man zu Glowstone eigentlich schon mal kommen? Glowstone, Hexen, Bieden. Ja, ich glaube ich muss trotzdem netter wieder. Gar nicht meine Bienen. So fleißig sind sie da in die Glowstone passiert hätten. Bienenwachs. Biewachs. Quatsch. Mh, mh, mh. Na ja. Ich müsste neue Dienste machen, ne? nur weil ich jetzt Sinnverzug habe so, biegen sie ohne noch Endement wo? ich höre ein Endement wo ist das? wo ist der Endement? wag deinen Kopf oh man, wo ist er? wo steht er? da drüben ist er ich will deinen Kopf ich will deinen Kopf wo ist er hin? wo ist er jetzt? er ist fast tot einschlagen da habe ich ihn da hat er in den Kopf wo ist er? ah ne, du bist mir verarschend zu abgehauen weiß ich noch fast gehabt ist mal ein Haus drin gibt es eigentlich eine Verzauberung wo man verhindern kann dass ein Endement sich teleportiert wo ist er? wo ist er? wo ist er? ich bin echt verarschend ist er abgehauen zu wenig Energie wo bist du? boah jetzt habe ich gedacht ich komme zum Ende in meinen Kopf und es ist der abgehauen ich glaube es ja nicht ist er im Keller vielleicht? ne ist er auch nicht ja super na gut wenn ihr sehen möchtet ob ich ihn in den nächsten folgenden Endement finde oder nicht dann schaut euch morgen wieder ein bei nicht morgen ab und erst mal wieder bei Minecraft Karma bis dann tschüss tschüss wo steckt er?